Ok, Nachbargeschenk. Bitte. Soll ich bis dahin einen Shooter gegen euch zu spielen? Explosive Entsorgung ist cool. Oh no. Ich bekomme auch nie grosse Zahlen. Kleinvieh macht auch Mist. Beidein hat irgendein Spruch gedroppt. Du auch? Nice. Ja. Also gibst du mir! Ja! Juhu! So. 9. Äh, 7. So, Matteo, der nächste True. Nein! Nein! Ja, nice. Wow! Soll. Ich würde dir ja gratulieren, aber nein. Ja, come on! Ich will das andere Zeit für den Map. Äh, sterben oder nicht sterben? Äh... Ohhhh! Ich habe keine Rakete! Theo, du musst nächste Runde als erstes dran kommen. Puff! Damit Lila keine... Dritte... Kein dritten... Nein, damit du den Magneten auf zwei Leute benutzen kannst. Boah, ne, Rosi bewegt sich jetzt noch. Das muss sie nicht, das ist okay. Okay. Entschuldigung, ich mach sie, Ende gehen. Du siehst wie die Avoners. Ah. Oh, jetzt ist ein kurzer Weg. Ja. Was? Ne, was ist die Avoners? Was? Okay, ja. Die meisten Sagesstoffe, außer von uns Russe. Sind das die... ...Pieramongas. Bumlas hatte direkt... ...weiß nicht mit mir. Bumlas hatte direkt... ...weiß nicht mit mir. Bumlas. 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 Wettende, Leute. Klar! Oh nein. Ah. Oh doch. Lizzy, was tust du uns an? Das kennen wir doch schon. Ich will nicht, in der ich gut bin. Nein! Ich hab selbst kein Glück geschaut. Er ist zurück. Ach so. Oh nein, ich bin über meine... Oh Gott. Ich bin über meine eigene Spur auch noch gefahren, ey. Ich bin über meine eigene Spur auch noch gefahren, ey. Das ist Lina, oder? Der ist sofort. Wow. Haben wir denn die Wallcrashen, eigentlich? Nein. Ah, okay. Ah, hier ist es. Ah, hier ist es. Ah, hier ist es. Hat jemand zum Beispiel gemerkt? Hä? Hä? Ich konnte nicht steuern. What? Nein. Nein. Verstörend. Ich werde einfach noch überfahren. Ich lieg einfach auf den Schienen. Es ist rierend einfach. Aber egal, ich bin voll lila. Das ist gut. Guckt euch meine Leiche an einfach. Oh nein. Ich bin Trissa. Oh nein. Oh nein. Du hast ein Gewehr bekommen. Ich schuze. Ich schuze. Ich schuze. Ich schuze. Ich zeig. Das ist einfach nicht krank. Ich schuze. Oh, wer hat ein wenig WB. Nein! 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 Ich muss nur wegrennen, Rosi. Warte mal kurz. Kann nicht. Kannst du ihn aufspiessen? Er hat einen Kaktus auf der Schütze, das bringt nichts. Ah, stimmt. Lissi denkt einfach für alle Spieler mit. Ja, weshalb ist das? Sonst hätte Rosi sich bestimmt schon ganz oft selbst gefehlt. Oh Mann. Der Hasen ist heute super unnötig. Du hast so glücklich, dass du auf dem Hasen bist. Und jetzt steht Weizer. Hm, warum? Sie möchten nicht im Wasser stehen. Ich stehe mit dem Steiner, sorry. Ich bin nicht da. Das ist sein Schoß, hässlich. So, Lila hatte sich doch mit mir teleportiert, ne? Ja. Nein! Ja, nein. Und tschüss. Tschau. Das blut ja aber rein, gell? Das Länders geht euch nicht immer rein. Okay, das war Genugtuung. Jetzt wird gespielt. Das war ja beinahe aus Versehen, ne? So. Eins, zwei, drei, vier. Ich krieg so oder so Schaden. Ja, okay, ich krieg so oder so Schaden. 10% Verluste nehmen wir drin. Genau. Du kannst schon wieder teleportieren. Ja. Ja. Mit 10% sind ein. Das ist schwer. Liegt noch ein Todesdienst. Ich wollt grad sagen, da liegt die Leiche von jemandem. Ja, die macht nochmal eine Runde da oben durch. Das ist sehr langweilig. Oh, das ist ganz cool. Das ist richtig. Wenn man sich verkackt. Hä, bin ich verwirrt oder machen die die Anleitungen immer auf Englisch und auf Deutsch? Also unterschiedlich. Und auf die Spieler an. Ja, die Leute so. Was passiert hier? Oh mein Gott. Wenn wir nach rechts drücken. Du musst einfach nur D gedrückt halten. Bei dem Spiel. Nice. Ich bin schon kaputt. Aber ich hab kein D. Was sind wir? Wo bin ich? Ich bin komplett komplett verballert. Anakin, kannst du mal schneller machen, dass ich sehe, wo ich bin? Okay. Ich bin dabei. Wieso halte ich zurück? Ja, aber das ist ein Spiel nach meinem Schwierigkeitsgrad. Einfach nur D gedrückt halten. Das kann ich. Und Schreck auswählen. No, bro. Unten. Ja, unten immer. Ich hole aus. Oh, no, 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 no. Ich hole aus. Und wir kommen back. Das sieht jetzt so fertig aus einfach. Ja. Kannst du mich mal loslassen? Oh. What? Also da fiel ich weit hinten. Ich fand mich ganz zufrieden. Der Baumstamm hat mich einfach nicht losgelassen. Was soll das? Also. So ein Mieser. Echt. Ich riskiere hier jetzt nichts. Doch. Nein. Chuck nicht, dass du da hinkommst. Wow. Es war gut, dass ich nichts riskiert habe. Ignorieren. Ignorieren. Oh. Wenn der jetzt wieder auf der anderen Seite der Map landet, dann... Wie viele Schlüssel hatte Lizzy denn? Holy shit. Nee. Echt? Richtige Schweizerin einfach. Oh. Alles eingebummelt. Theo, ich will nicht wissen, wie viele Schlüssel ich dir schon gegeben habe. Mann, bei mir läuft... Ich kriege keine Schlüssel. Bei mir laufen keine Leute auf Felder. Äh, äh, achi! Lachen Sie schon. Ich wusste schon, dass das passiert. Hielst du schon wieder? Keiner auf meinen Feldern. Oh, danke. Spiel. Äh. Was habe ich für allzu was? Du hast einen sehr kurzen Weg bis zur Truhe. Ja. Ja. Ich wollte trotzdem gucken, ob ich nicht irgendwie... ...sicher gehen kann. Ja. Ja. Das liegt. Wenn es jetzt so ne Kratzer ist, dann wird's nicht weit. Was? Wie ich jetzt wollte. Was? Aua. Kann ich irgendwie bitte in die andere Richtung vielleicht? Theo, siehst du die Truhe neben dir? Warte! Nicht weglaufen, ich komm gleich. So. Sie ist unerreichbar, würde ich sagen. Oh, da bekomme ich Schlüssel. Gib mal Schlüssel, bitte. Und hier? Ich möchte Schlüssel haben. Eins, zwei, drei... Ach nö. Ach nö. ...viele Schlüssel oder Toten verderben. Nein, ich will mit Schlüssel... Tja, ich spreng da. Okay Theo, wie viele Schlüssel habe ich mir in der Weile gegeben? Wie viele über 62 Schlüssel sind die von mir? Hm. So alle von der Viecher. Das ist so, ey. Ich will Assen noch ein paar Strecke, aber ich brauche ich mich. Ja! Aber dauert das auch vorher in 85 oder so. Rosie ist im Zug. Rosie macht den Zug. Rosie geht hier lang. Oh, sie ist im Zug. Und spricht von sich in der dritten Person. Rosie öfter. Tag, wie viele hab ich denn jetzt? Jetzt noch drei. Jetzt noch drei. Jetzt noch drei. Jetzt noch drei. Da oben, links, rechts. Da hast du mal Leichen vertreten. Gar nicht. Das sind meine Kollegen. Die Schlüssel. Jaaas. Jaaas. Okay, also ich muss jetzt einfach vor Rosie hin. Ich hab ein Portal bekommen. Nice. Nur noch müsste jemand das einsetzen. Ah ja, das war's mal. Jetzt kommt das Spiel. Das ist witzig. Das ist so Hot Potato mäßig. Oh, Alice. Das ist so. Ich traue den ersten Satz in der Anleitung an. It's Hot Potato. Ah, okay. Ja, gut. Hey, ich lese keine Bedienungseinleitung. Ah, das ist die Schlagtaste. Wieso kann er auf dem Fastrecht stehen? Oder was? Oh, Moment. Geh weg. Boah. Ach, Mann. Ja, auf dem Fast kann man nicht stehen. Das habe ich auch schon bemerkt. Warum kann ich mich bewegen? Achso. Wie kommt man denn da? Achso. Holt ihn in lila rein. Wie gibt man das denn weiter? Einfach schlagen. Einfach schlagen. Einfach schlagen. Perfekt. Das ist timing. Wie schlägt man? Mit Maustaste oder Leertaste? Ich hab's drück gehabt. Rechten Träger. Oh. 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 Ich war gerade auch verwirrt. Nein. Nein, nicht ich. Nicht ich. Ich hab die ganze Zeit überlebt. Das kann nicht sein. Geh weg. Rosi, geh weg. Rosi. Nein. Nein, Rosi. Nein. Linksklick auf ihn drücken. Du musst ihn boxen. Nein, du musst nicht. Du musst keine Gewalt anwenden. Das ist ein friedliches Spiel, Rosi. Oh. Nice. Hey, ich hab schon wieder die Bombe. Oh, toll. Indurch ist ne... Die linke Haut. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Links der Katze hochlaufen. Nein. Wenn du's kannst. Ja. Du kannst das nicht. Leute. Oh mein Gott. Jetzt häng ich auch noch fest hier. Deswegen spiel ich mit Controller. Viel besseres Feingefühl. Ja, komm. Ach, du spielst mit Controller? Ja. Ja. Oha. Oh ja auch. Ne. Außer man ist ein Keyboard-Warrior wie ich. Wow. Warte mal. Ich hab ihn jetzt aber gebraucht. Was ist das? Warum ist er schneller als ich? 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 Ich hab jetzt... Was? Ja, aber warum war er schneller als ich? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Mit der Bombe. Mit der Bombe bist du mal schneller als die anderen. Ja.